Die minimalinvasive Chirurgie ist die Chirurgie mit der Schlüssellochmethode. Das heißt, wir machen kleine Schnitte in den Bauchraum und können mit einer endoskopischen Kamera und unseren Instrumenten diese Operationen durchführen. Das heißt, der große Bauchschnitt, so wie man klassischerweise kennt, entfällt. Die minimalinvasive Chirurgie kommt bei allen Erkrankungen des Bauchraums zum Einsatz, die man eben mit der Schlüssellochmethode operieren kann. Dies ist nicht nur auf die gutartigen Erkrankungen, wie zum Beispiel den Leistenbruch oder den Zwerchfellbruch, beschränkt, sondern auch bei bösartigen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Tumoren des Dickdarms oder des Enddarms. Der Vorteil für den Patienten der minimalinvasiven Chirurgie ist das Trauma auf dem Bauchraum. Dieses wird sehr deutlich verringert, der Patient hat weniger Schmerzen, Wundinfektionen treten deutlich weniger auf und schlussendlich ist der Patient schneller wieder fit und mobil.